hallo und kommen so was das aber ich habe die dinge noch nicht geändert moment 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 kurz weg machen hier ich habe die dinge so nicht geändert hallo und herzlich willkommen hier zu einem video hiervon landwirtschaft simulatoren ja wir hatten ja festgestellt dass wir keine kartoffeln darum sehen wir heute hier also können wir hier mit unserer sähmaschine ansehen mal gucken ob wir das hier ja lassen wir so und speichern wir gleich feld 5 s s s s s 15 meter hat das gute stück so, dann suchen wir uns noch den Auftankkurs da ist er hängen wir mal dran so, am ersten Wegpunkt beginnen da wir ja noch keinen Sackgut drin haben müsste er ja gleich achso, äh, Moment Moment, Moment zurück muss erst einmal auswählen ein Dünger was wir also sehen wollen und zwar nehmen wir Kartoffeln da waren sie eben ja, das ist eine Multifruchtsaatmaschine so, ihr hattet es nur die gekriegt, dass er halt leer ist und fährt jetzt hier zum Auftanken der Sackmaschine denn eine andere Haar, wenn wir nicht die Kartoffeln ansehen können, dann müssen wir diese gute Sackmaschine, die wir von Amazon nehmen und ich sehe gerade die Farben passen doch beide wunderbar zusammen vom Traktor und von der Sackmaschine so, denn muss es bloß noch klappen mit dem Auftanken der Sackmaschine der Sackmaschine, ne? mal gucken, ob das hinhaut sagt gut jawohl weil ich hab das nämlich geändert weil da hat nämlich ein Mod gestört und ich konnte ja den Flüssigdünger nicht wegnehmen den grünen hab jetzt ein bisschen auseinandergestellt war ok, der eine ein bisschen in den Baum reingewachsen, aber so ist das so ist das so ist das oh wir kriegen hier Besuch mal gucken, ob die Tipelle nicht rein wer ist das das ist so es ist so es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 schon wieder nix er kann neu sein hier alles hier 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 unseren freund wer hier ja fleißig an ansehen ist von den Kartoffeln den Kartoffeln brauchen wir ja hier für unsere Schweinerei zur Futterherstellung oder machten wir es ganz einfach baune Futtermischeeleine aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache was sie hier machen so mittlerweile müsste unser Kollege hier auch schon voll sein so wir beim Kartoffel ansehen hier 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 Das war's für heute. Was ist hier schon wieder das Problem? Kinder, Kinder. So. Haben wir uns auch geklärt. So, dann sind wir ja hier so gut wie gleich fertig. Ich sehe schon. Da wurde was geändert bei Crossplay. Ich habe jetzt hier die neueste Version drauf. Beziehungsweise wurde eigentlich gescannt. Die Icon haben wir ja schon gesehen. Okay. Das war's für heute. So, die letzten Meter, mal gucken, ob man hier auch etwas zu komisch macht mit dem Kartoffeling. Da bin ich ja mal gespannt. Und das ist gerade verliegt. Oder so schräg. Schräg. Ja, schräg sei schon gerade. So, perfekt. Besser können wir es gar nicht mehr. Ja. Ich muss mal hier gucken, weil ich habe hier auf der linken Seite dieses Bandicam mitlaufen. Beziehungsweise die Uhr. Wo ich halt immer sehe, wie viel ich schon aufgenommen habe. Wo ich bin. Ui, oi, oi. Okay. Wie. Wie. Also еst die. Wie in die Musik sieht die X1 von den 2 von 10ern ab. So, es ist wirklich ad сначала grad. Wie ohne 1 von der 3 von 130. Sie haben hier viele. Neckwürdig. Neckwürdig. Was mich ein bisschen irritiert bzw. stört, dass er die Ränder, wo halt noch Getreide besteht, dass er das nicht gut erntet. Aber... Entschuldigung. So. Anschluss dringend. So. Hier das meine ich. Ist vom Spiel her so. Aber... Was soll's? Lass doch so. Ich bin hier ein bisschen fehlt, ist auch nicht schlimm. Aber die blöde Ecke... Erkennt man nicht richtig. Erkennt man nicht richtig. So. 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 Die letzten Meter, die wir hier noch ansehen. zu Recht hinten laden lassen. Dann können wir die auch schon wieder in Bescheid stellen. Die blute Saatmaschine. So, dann können wir die gleich wieder wegbringen, beziehungsweise hier erstmal so, rechten Bürstuhl, so, dann fahren wir mal vom Ferry. Ich kann mir gerade überlegen, wo ich die hinstelle. Oder einiges von den anderen Sachen verkaufe. Die ich nicht mehr brauche. Zum Beispiel. Im Garage. Den Sammelwagen brauche ich nicht mehr. Den. Den Schwader. Wenn, den kann ich mir immer noch einen kaufen. Und den Setter brauche ich auch nicht mehr. So, dann haben wir wieder Platz. Die Christen? Statt nur rund, oder? Ja, aber Christen. Die Christen. moment war weiter hierher brauche ich vorerst auch nicht wenn wir hier eingestellt die satten schien Mutter aus. So, schauen wir mal. Achso, das war der, der trockene. Der trockene. So. 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 Ja, was auch bei uns? So, das wird leicht tiebes Holz. Der hat diese Rückfahreinrichtung. Motor aus und das soll zum ersten Mal hier für heute gewesen sein. Dann sage ich mal Bye Bye und bis zum nächsten Mal. So, ich wollte das kurz gucken. Okay, funktioniert nicht, leider. So, aber dann sage ich mal Bye Bye und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.